herzlich willkommen zum neuen fifa 17 video hier wieder mit bayern denn ja die wird noch das ganze wochenende dabei sein wahrscheinlich hat sich so gewünscht hallo bayern und wünsche muss man erfüllen wir werden hier wie viel spiel machen wir drei oder vier fifa ist nämlich gut aber mal gucken wie es mit mir ist mein bruder habe ich ja nicht so ja wo wir waren gut aber ist auch nicht so bombe mal gucken was wir so finden einfach alle nehmen ist ja egal ob wir gegen ein oder zwei spielen fifa 18 wurde auch schon angekündigt wird richtig cool ja total story mode ist ja auch wie gesagt sache für sich ich meine nix das ist sehr gut kann ein bisschen zu dauern hier mit fifa wir spielen vielleicht nicht mal so viel anbezogen ja kann sein warten 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 ich bin gegen irgendein ronaldo ronaldo nico glaube ich habe ich eiskalt versenkt ich bin rot und jessica beziehungsweise bayern ist blau kein ding für tiago war das tiago ja ne manchester united eigentlich ein gegner den man nicht so häufig trifft er kann tricksen meint er wir haben auf hohen druck gestellt spielst du das immer also mit taktik dann abwehr abwehrriegel oder so oder defensiver hoher druck heißt ja dass die sowieso schon weiter nach vorne preschen wir haben unterschiedliche taktiken mein spiel ist eher so auf passspiel ausgelegt ihr ist eher so auf ein griff ja power wollen wir mal sehen was das so bringt hier bisher sieht es ja mittelmäßig aus ein bisschen an der freien ich bin gespannt ob wir das ding hier gewinnen wir sind überhaupt nicht eingespielt wir haben kein testspiel gemacht oder so einfach direkt drauf los ja ich hätte spielen müssen ich weiß ich wusste nicht dass das so langsam ist aber ist ja Müller der nicht der schnellste geht aber schlimmer für bayern verhältnis ist er eigentlich nicht so schnell ich habe andere qualitäten ja schuss auf jeden fall schuss er hat fast 1-0 gekriegt oh man ey wir blamieren uns glaube ich heute hier äh chustika wir wollen uns sagen öfter er sollte da hin aber er hat ihn ja nicht angenommen auch eigentlich sind es ja nicht angenommen die sind denn schon das ist ja der ich bin ja er der weint das ist ja der den Bein neuer oder was machbar ist denn das? das ist ja der denn da ist nicht zu glauben der ist ja der Der ixt der Sack, der ixt einfach. Ja, ixten kann man machen, aber ist jetzt nicht so die beste Verteidigungsvariante. Kann man zwar nicht gescheit dribbeln, aber man kann einfach ausspielen. Er hat aber noch keinen Torstil, er hat schon einige. Das wird besser. Wir müssen uns erstmal einspielen. Ja, mit dem Pass nach vorne muss man immer aufpassen. Sie sind wie Luchse. Die Leute. Du bist kein Paul? Anscheinend nicht. Sollte dem Chiri mal seine Brille wieder geben. Ja, vielleicht war es ja auch ein bisschen bald. Aber ich denke mal, er ist der Mann, glaube ich. Ein Schiedsrichter bei FIFA ist ja sowieso so ne Sache. Ja. Das wird dann FIFA 18 sein. Hoffen wir mal. Morgen kommt übrigens ein Livestream in Clash Royale. Die Flur, weiß ich noch nicht. Wird Bayern auch wieder dabei sein. Auf jeden Fall abends. Das kann ich schon mal sagen. Die Flur genau. Mal sehen. schreien. Scheiße. Da ist er auch mitgelaufen, ey. Offensichtlicher ging es ja gar nicht. Irgendwie ist das ho установiert. Mittelfeld. Boah, wie ist das, ey? Ich bin voll am Sinn von dem. Es läuft noch nicht ganz rund. Hä, was war das denn? Okay. Warum faust das Elm denn, ey? Stimmt ja nicht mit dem. Ach ja. Jau. Die läuft damit auch noch direkt ins Aus. Immer wieder schön. Der war nicht im Aus? Nein, auf gar keinen Fall. Aha. Beim Gegner nicht, aber bei Anschlag. Ist doch immer so. Ja, das stimmt allerdings. Ich kann den Ball nicht annehmen. Und das von dem war doch, ey, das... Traurig. Sehr traurig. Sehr traurig. Ja. Halbzeit. Wir wechseln meistens so 70 so rum. Muss ich das mal machen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das mal machen kann. Ja, ich glaub schon. Muss nur Start drücken. Oh, er wechselt jetzt. Dann drück mal R3. Dann drück mal R3. Den wollte ich genauso gespielt haben. Klar. So schlecht verteidigt er gar nicht Schöpfchen selber Bayern ist nicht gut im Vormoment Schieß raus Ich passe lieber Ah Mist Schuss Aufkommaren auf die Mesen Freistoß auch wenn wir die nicht können aber ich bin für so nassgebot zu tun ich bin mal hier oh der Torwart ist ja nicht angekommen ok wenn der Torwart rauskommt, kriegt er noch mal immer den Ball aber ist einfach damit den Spieler gewechselt wenn wir das automatische Spieler wechseln, das nervt auch ein bisschen Tore schießen kann er echt nicht haben wir schon Torschuss, ne ne ne, ist nicht schlecht egal, den ersten Torschuss machen wir rein vielleicht jetzt war ja ein Flankenschuss echt ein Flank, ey fällt mir nicht zu ein was ist denn das? was soll denn? müssen wir gleich mal wechseln? ja beim nächsten Ballsitz jau jetzt noch so einen wir nehmen wir einen raus und Martinez für und Martinez für Thiago echt? ja Martinez ist da langsam ja aber Thiago hat nicht so viel aus da und Martinez ist Kopfverstärker das wäre wahrscheinlich unser Gegner mit zwei verschiedenen Taktiken zu spüren weil er hat ja einen Hauptzeit Rooney reingebracht ich denke dass er da auf eine andere Taktik gespielt hat aber war jetzt noch nicht ersichtlich war jetzt noch nicht ersichtlich na super verdient muss man sagen ja leider wenn jetzt jubelt der nicht so heftig ok dann guckt sich das vor an Arschloch 3 Wunde unnötig Leute die sich online die Taktik angucken den Arschloch ja außer es war natürlich richtig schön dann kann man sich angucken aber ja sonst nervt es einfach mal ja muss echt nicht sein entweder richtig schön oder richtig tollpatsch dann kann man sich angucken aber so ein normales Ding hab ich natürlich überhaupt nicht brutal umgehammern kann man sich beeinflussen dann wird er aggressiv muss man ausnutzen Edwin Die Freistöte sind immer Kacke. Er war knapp. Immerhin in der Ecke. Ja, super. Magst du das so gerne? Ja, total. Nichts was ich lieber mache. Stehen sie sich mal wieder gegenseitig im Blick rum. Warum hat denn der Keeper von denen schon 3 Paraden? Oh man. Hm. Was krieg ich denn auch noch her? Er ist richtig schlecht im Torschuss, muss man schon sagen. Besser sind wir aber auch nicht. Wird gleich noch kaum ein Torschuss. Was macht ihr? Ja. Warum stehst du denn weg? Ich habe ihn nicht weggeschossen. Der Heilige Geist. Ende. Da haben wir einen Klatsche gekriegt. Kein müdes Spiel. Ne. Überhaupt nicht. Zwei Schüsse. Ja, wie lange dauert du das mal? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Karlo Oscar. Ne, Karl. Karlo Oscar, ne? Ne, Karlo Tr inventor. oder mehr ist Carlos Gar gewesen ist ja mal kreativ total los gehts gegen Barca ich bin auf jeden Fall gegen einen der alleine spielt und meinen Trick sind zu können ok oh man so ein Dribbelknips es läuft es läuft total gut ja und ich hatte auch Spaß dran hoffentlich aber er steigt da an seinem Spaß das ist auch der Grund warum ich FIFA 18 nicht hole weil die Online-Community bei FIFA die sind einfach die schlechteste der Welt es gibt keine schlechtere als ja gut League of Legends ist noch schlimmer aber danach kommt direkt FIFA und WoW ist auch noch ganz oben aber sind alle so unfreundlich und so ich würde sogar sagen FIFA auf Platz 3 dann WoW und dann und auf Platz 1 League of Legends mit der unfreundlichsten Spiele-Community jeder der die Spiele spielt der weiß was ich meine es bedarf keiner weiteren Erklärung glaube ich hast du schon mal WoW-Community gesehen oder LOL Ne LOL einfach richtig schlimm wenn die Gegner wenn die Mitspieler schon sehen die haben irgendeinen Noob bei sich dann wird er erst mal direkt gemeldet und die spielen dann einfach nicht mehr weil die keinen Bock haben mit einem Noob zusammen zu spielen dann verliert das ganze Team so ein Spiel dauert ja eine halbe Stunde was haben wir eine halbe Stunde verschwendet bei WoW ist das eigentlich genauso so ähnlich wenn da so ein Raid machst und da irgendein kein Bock mehr dann haut er einfach ab und dann verkackst du den ganzen Raid ey und Raid dauert 3 Stunden je nachdem wie lange du raidest ist natürlich auch kein Foul gewesen ne total total kein Foul was machst du? mit seinen Schummeltricks ah richtige Blamage richtige Blamage ich bin auch irgendwie komisch heute wir müssen jeden Tag das eigentlich nutzen ich verstehe gar nicht wo ich die irgendwo mal schießen muss weiß ich auch nicht aber wo war erst die zweite letztes Spiel auch schon einer hier ich bin auch nicht fast wo ist das muss ich schießen ich bin mal hier hin oh man aber Flanken kann ich wenigstens Wenn der durchkommen würde. Hä, sind wir denn ausgekauft? Ey. Was ist denn Lappen? Was machen die denn da? Was? Er passt einfach nicht. Schlimm. Auch er mit seinen Kacktricks immer. Wenn der da noch Glück. Was? Was? Was macht der denn da, ey? Komm einfach nicht. Leider. Faul. Hast du das gemacht? Ich weiß. Ich weiss auch nicht warum der feilt. Hat sie nicht mal alle, der Schiedsrichter. Ach ja. Ich hab nicht auf die Karte geguckt. Was hast du denn da gesehen? Gar keinen. Ist jetzt schon wieder. Ich hab gar nichts gedrückt. Warum ist er schneller am Ball? Ach ja. FIFA. Also liebe ich doch das Spiel. Es läuft aber auch echt nicht gut gerade. Ja. 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 Ich kann nur so freischliessern, finde ich. Irgendwohin. Wie eher der Torwart. Oder nicht. War gar nicht so schlecht. Was geht heute? Ja, ich muss eben noch meinen Glauben wieder fassen. Ist auch ein Glück mal mit dem Abspringen. Kommt mir das nur so vor, dann ist Bayern irgendwie langsamer heute. Mit Annehme und so weiter. Vielleicht aber auch, wo wir heute über Pixi gespülen. Die Mannschaften sind doch genauso gleich. Ja, ich finde auf der Playstation ist das irgendwie dynamischer. Oh, der riecht mich auf, der sag ich na ey. Ne, weil ich dir ins Gesicht kotzen. Das war eigentlich schon. Ja, unglaublich. Noch so einer, wir führen vielleicht. Wie billig nimmt er denn den Ball weg ey? Wieder einfach mal schicken. Oh, der riecht mich so auf, dieser Pisser. So unfassbar. Ein anderer von euch der ist ey, dann soll er sich von meinem Kanal verpissen. Ja. Da spielst du nicht. Ja, jetzt mal abseits. Ja. Okay. Ich hab noch ein bisschen Platz zum Laufen. Ich dachte, wenn ich spiele, dann kommt dieser eine wieder runter und nimmt den Ball weg. Da wär ich schon... Ne, kein Kart Broskast ist bestimmt irgendwie irgendwie so ein... Portugieser oder so. Was glaubst du? Portugieser? Keine Ahnung. Die meisten sind letztendlich dann doch Deutsche, kannst du dir ja im Verlauf angucken. Ich bin ja gar nicht so bei dem Wissen. Das war klar als wer hochzieht. Da bin sowas von klar. Wann ist das Spiel denn vorbei? Ja sicher. Ist klar. Die A meins heute nicht gut mit uns. Die A stimmt. Die A meins. 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 Die A m drin. Die A meins. Die A m drin. Die A meinshey. sehr komisches Spiel kann aber auch nicht weiter drücken ja, der guckt sich doch an, dieser Pisser weiß nicht, was daran gut war, aber wenn er daran Spaß hat dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stimmt, Carlo, äh, 2 O's. Gegen wen? Vodafone. Ah, schade. Ah, na super. Unsere Lieblingsgänger. Die nicht drücken. Noch nicht mal jetzt. Vodafone. Falls du siehst, nächstes Mal mit X kippen, bitte. Ja. Ja? Achso, ja, ja. Die sind dann am Anfang, bitte, so interessant. Ich weiß auch nicht. Können sie sich ja auch angucken, wenn du offline spielst. Da war er noch kacken. Ist ja nicht unbedingt. Einmal um Schacht gewesen. Ich dachte, du läufst. Ah. Ich hatte einen ganz anderen Spiele angewählt. Habe ich mir auch gemerkt. Ach, das ist ein Faul. Schön. Was hat das denn? Schön verdrückt. Das hier als Paradefüllentor war. Kann sie richtig was auch drauf einbilden. Spiel. Du machst auf. Boah. Schön. Den habe ich versenkt. Nicht angucken. Der sieht ja nicht so. Nee, aber. Ich weiß nicht, ob der so ist. Ja, aber wenn ihr ein Tor schießt und sich das anguckt, dann guckt man es einfach an. Mach ich immer so. Ja, ich auch, aber. Wir haben schon ein paar Letzten. Gerade schon von Anfang an, da dachte ich schon, oh, ist bestimmt so einer. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, aber der wird gleich wieder fit. Ist die Magic FIFA Logik. Ja. Ach, wann macht denn die denn da? Keiner geht hin, ey. Ja. Ja, wahrscheinlich so gut zu sein. So langsam. Gibt's doch gar nicht. Oh, Müller ist schneller. Loll. Statt auf Müller spielt, spielt er natürlich auf Tiago. Ich war auf Müller. Äh, Levan Dotsky noch nicht. Ah, nein. Oh. Die Gerüte war da nach unten. Der Holz, Michael. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte mal mit Hummels durchlaufen, das ist eine neue Taktik, wer es mir noch nicht Genau Das hat geklappt Was hat der denn hingeschossen ey? Okay Na super, Halbzeit Das regt mich auch richtig auf, dass er immer mitten im Angriff abläuft Na was macht er denn jetzt? Okay Bis zum nächsten Mal. muss er doch direkt verwerten ich habe kreis gedrückt ja ja ich weiß ohhhh es gibt auch nicht Stück weit oben die stehen müssen das wird ja schon mal besser ja immerhin ein Tor, wenn man es nicht ganz probiert man schön in die Ecke köpft das war doch irgendwie der Angriff aber wir hätten es angucken müssen wir müssen uns doch nicht auf das Niveau begeben vielfach würde ich sogar machen weil ich mich so aufrege echt wenn ich an der Reize bin, da brauche ich das Tor gegen mich anzugucken es nervt mich selber total, mir das anzugucken das ist es mir wert das mich selber nervt so, mal wechseln Yo eben nicht gemacht eben war so unnötig eben war so unnötig glück gehabt ey glück gehabt ja 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 unglaublich das ist ein Lacker ne Pech Pecher ja ja ne 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 Abgefälscht, ich glaube nicht, dann hast du einen Echt Chai Shows von ihm. Das war nicht der beste Schuss. Oh, du merkst ja Stress. Das war nett zu mir. Das war ja. Ja, es gibt rot. Ja, von hinten in die Beine. Es gibt immer rot. Ja, das war in Modric. Das ist trotzdem gut für uns. Neudo wäre besser gewesen. Von dem habe ich noch gar nichts gesehen. Anscheinlich so ein typischer Realspieler. Ja, das sieht man immer aus von Ronaldo. Kann man dem nicht dribbeln, der Typ. Wir haben noch den Ball, das ist wichtig. Du musst ihn nicht verspielen, das Ergebnis. Fast. 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 Ja. Ja. Den gucken wir uns jetzt da an. Ja. Aus Prinzip. Schönes Tor. Jetzt dribbelt er durch. Wenigstens ein Sieg erstmal. Ja, eins aus drei. Sache. Nur Arschlöcher bei FIFA. So was meine ich. Das ist so beleidigt. Ja. Folter rum. Ist er zu seiner Mutter gegangen und hat gesagt, Mama, die haben mich abgezogen. Da spielt er anscheinend nicht mehr. Oh Mann, renn wir den noch nicht mal. Die Nummer war schlecht. Joho. Mutter spielen sollen. Er ist jetzt zu deiner Mutter gegangen, der holt jetzt erstmal. Oh, jetzt spielt seine Mutter bestimmt weiter. Ende Wir haben gewonnen 3 Punkte, unfassbar Gibt es noch 1 gegeneinander? Wir spielen jetzt noch 1 gegeneinander Das werde ich wahrscheinlich verlieren Ich werde natürlich gewinnen wie immer Wie immer Ja Bin auf jeden Fall Bin real Machen wir El Klassikum Dann musstest du ja als Bayern Bayern sein Wir haben ja eben schon gespielt Erst drücken beide und dann keine Klassischer Fail Ich nehme immer meine übliche Aufstellung Paper Paper Ja 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 Ähm... So. Machen wir mal sehen. Ja, jetzt geht's rund. Oh, das spinne ich wieder. Da muss die Münze auch mal hin. Nein. Das war ja auch knapp, ey. Das ist gut. Ja. Was war das? Das ist ja auch nicht. Ja. Ja. Das kann ich. Ich krieg zum Beispiel noch zurück. So, auf geht's. Ich weiß, viele mögen meine Taktik nicht. Ich auch nicht. Ja. Bin ich mal gespannt. Okay. Ist klar. Zu klein. Ich mach halt viel mit Passspiel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für ne Taktik habt. Oh, guck mal. Der hat eine Abseitsfahne gehoben, aber hat er nicht gegriffen. Bin noch nie gesehen. Ja. Ich kann das Passspiel hier. Ja. Immer. Am Limit. Wie deine Rohstoffe bei Helden. Ja. Auch am Limit. Ja. Und ein hartes Spiel mit der. Das Dingenskäse. Keine Ahnung Ah, schade Immer heimgezahlt Was denn? Faults mich einfach Ey Das war echt schwer Ah, Mist Jetzt fang nicht das Tricksen an Das kannst du nicht Nett wie immer Okay, du kannst tricksen Das ist auch produktiv Ich auch Kleines Geschenk Ja, wie schön Ach ja Das war Was für ein Pass Das war 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 1000 Eckbälle Das eine war 6 Eckbälle Das war Das war Das war Das war Einmal im Lauf spielen. Oh weia. Äh ja. Okay. 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 Hä? Oh ein Linksfuß. Ich muss versuchen was dort zu ballern. Wer wäre reingegangen? Ja. Doch weil die da gewesen wäre. Ja lange gegangen habe ich ein Besuch gefressen. Oh das hätt ich gesehen wollen. Ja. 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 Den hält er wieder. Das ist ein Trick. Den Ballstiebelst vor deinem Fieschen. Das ist so eine Frage, die jetzt halt nicht so ein Huf hält. Das fällt nicht mehr, eher das 1-1. Das wäre ich auf jeden Fall verhindern. Ach ja. Das wird die Folge ja noch länger. Kannst du deinen Zuschauer noch nicht antun. Hackt er mich einfach um. Das musste sein. Jetzt geht es mir besser. Jetzt zackst du mich um. Das ist ja unfassbar. So, ich kurz davor bin das 1-1 zu machen. Das war so klar. Nein. Uh. Schieß. Das ist nicht wahr. Doch. Die Zeit läuft gegen dich. Kann ich immer noch sagen, dass du mit Glück gewonnen hast. Tja, das Spiel ist vorbei. Ein Tor. Wie man sieht, verdient gewonnen. Ja. Weil ich für beide Sitz ich hab. Naja. Und 100% Schussgenauigkeit. Ja, bei 3 Schüssen. Ja. Kann man auch erstmal schaffen. Das war unfair hier. Was hat mein Verteidiger eigentlich da gemacht? Ja, guck mal, der springt gar nicht, ey, der Glatzkopf. Das ist Nampelmann. Den bist du auch zu warm. Ja, bestimmt. Kannst du dich so anstellen, ey, die Pussy. Ja, wir bedanken uns fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen im Livestream, Clash Royale. Will dann mit Bayern zu Gast. Jo. Okay, dann bis morgen. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.